ja leute ich wollte eigentlich gerade ein video rauszutzeln wo ich eigentlich so ein schild auf dem rücken klatsche wo draufsteht hupen für blowjob auch überhaupt nicht für moji oder so freunde wir sitzen hier in der passage mit habe wir haben uns überlegt das heutige video wird es einfach davon handeln wie er hinten auf meinem bike sitzt und wir zusammen leute anschreien moin krisi servus was geht leute heute neues video sein bike ist immer nicht sein bike ist immer noch nicht aus der repartur draußen deswegen haben wir uns überlegt wir machen heute ein video wir fahren einfach durch die stadt er setzt sich hinten drauf und wir schreien gemeinsam leute an das go ich habe sofort das immer leute ich habe mein mikrofon jetzt in meinem helm futter drin sieht meine ich hoffe der ton ist es ist nicht nur von rechts aufgenommen dann nicht ich springen nein junge Ich bin behindert, Alter. Ich will nicht sterben, Junge. Jetzt quälen wir ihn ein bisschen. Wuuuuh! Äh! Tödel! Oh mein Gott, mein Arsch. Wuuuuh! Oh, meh! Oma? Sonst mit Musikkammer? Nee. Wuuuuh! Ja! Gestern schon aufs Maul gelegt, heute nochmal geil! Hier, Leute, ich zeig euch den Schaden, was gestern passiert ist. Sieht man das? Weiß es nicht. Steig auf so'n Fettsack. Oh shit! Dann weißt du, wie ich mich immer fühle. Oh ja, erst mal das Auto verkratzt. Oh Gott, Leute! Hä, es geht doch voll, oder? Jungs! Ja, ist okay. Ja, so fühle ich mich hinten. Oh fuck! Was hat mein Arsch doch auseinandergenommen? In dem Fall ist der Motorrad, der ist viel öfter. Hey, yo, ich kann meine Beine ablegen, abstellen aufm... Doch, ich kann's. Oh shit! Ich hab's hinten drauf. Fahr mal da... Oh shit! Ich muss es aufnehmen. Was ist passiert? Du kleines... Das Video ist jetzt vorproduziert. Oh, shake the ass. Shake the ass. Oh yeah. Oh yeah! Cool, yeah! Mach nochmal, yeah! Das ist doch dieser kleine, freche Junge. Ich werd bald zu seiner Mutter gehen, verklingeln und wegrennen. So sieht's aus. Oh yeah! Junge! Bist du behindert? Wuhuuu! Was ist denn dieser Welt? Wir schreiben jetzt, okay? 3... 2... 1... Aaaaaah! Oh, geile Bremsen, Digga. Ich will heißer machen kurz. Oh, okay. Oh, ich hab ne richtig geile Idee. Kaffe! Hahaha! So ein Arschloch. Okay, ich lass... Ich geh nach Hause. Au! Ach du... Nein, ich... Ich will ein bisschen quälen. Oh, ich weiß, wie ich das Video nehm. Ja, aber bremst, bremst! Ich quäle Harvey. Kriegst du die Kurve überhaupt? Ja, save siehst du doch. Besser als wenn niemand drauf ist. Oh! Du weißt genau, was sie jetzt machen, oder? Nein, 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 nein. Spacesjuts! Wie ein Lugand in der Westbank! Oh! Spacesjutsch! 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 Hehehe. Soll das nicht главное. Gib doch mal! Ich weiß doch nicht withdrawn. St� nicht drauf! auf interessiert uns nicht er kommt jetzt ich bin ich komme dann gleich leute das war's mit dem video ich hoffe ich hoffe es hat euch gefallen das ist jetzt ein etwas kürzeres wie damit sagen freunde was ist mit dem video haut rein und schaltet beim nächsten mal